Ja, hallo, hier ist wieder euer Markus und Ärztewitze, das ist ja eigentlich so das schlechteste, was es an Witzen gibt, aber da kenne ich einen, der zieht euch die Hose aus, im wahrsten Sinne. Kommt ein Mann zum Arzt, beziehungsweise es ist eine Ärztin und sagt, ja also wissen Sie, ich habe Probleme mit meinem, da sagt die Ärztin, ja Sie müssen mir schon sagen, was Sie haben, ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Da sagt er, ja, ich habe einen Penis, wie ein Neugeborenes, da sagt die Ärztin, oh, das müsste ich mir aber mal angucken, machen sich untenrum mal frei und der Mann, der zieht sich aus, macht sich die Hose runter, da guckt die Ärztin, fällt in Ohnmacht, nachdem sie in der Zeit wieder zu sich kommt, da sagt sie, haben Sie nicht eben gesagt, Sie hätten, sagt er, ja, habe ich doch gesagt, wie ein Neugeborenes, 49 Zentimeter und 3090 Gramm.